Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausflipper. Wir machen heute mal wieder einen Auftrag vom Gartenflipper wahrscheinlich, dass wir halt mal alle Fähigkeiten haben, um irgendwann nochmal dann ein Haus zu kaufen und was wir dann samt Garten flott machen. Genau, wir gucken mal hier. Ähm, Spielplatz hört sich da gut an. Einmal akzeptieren. Und dann hoffe ich mal auf neue Fähigkeiten. Genau, dann, was müssen wir machen? Ähm, entferne Unkräuter. Wo ist denn hier ein Unkräuter? Hier ist ein Unkraut, ne? Oder ist das Unkraut? Ach, das sind Brennnessel. Ach du Scheiße. Super. Gibt's da keine Maschinen für? So, so viel ist es aber auch gar nicht, ne? Da ist noch ein bisschen was. Und dann an den anderen Ecken bestimmt noch. Und dann war's das doch schon. So. Oder da auch? Ach du Kacke, das ist ja doch mehr als ich dachte. Oh je. Dann wo noch? Hier hinten. Da noch. Also mittendrin einfach so Inseln voller Unkraut. Okay, das hätten wir. Dann, warte nur. Das Ding hier muss weg. Ah ne, einsetzen müssen wir die. Okay. Dann machen wir das mal. Okay, das Loch wäre ausgegraben. Dann einsetzen die Pflanze mit Erde bedecken. Jawohl. Noch gießen. Dann wird sie schön grün. Okay, das hätten wir. Dann die auch noch einsetzen. Wie tief müssen wir denn graben? Ah, so. Jetzt einsetzen. Mit Erde bedecken. Dann noch gießen. Okay, fabelhaft. Dann weiter geht's. Die auch noch einsetzen. Loch graben. Einsetzen. Mit Erde bedecken. Gießen. Jawohl. Fabelhaft. Dann geht's da weiter. Das Loch wäre auch fertig. Dann einsetzen. Mit Erde bedecken. Und dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Richtig fließen. Ach, da ist noch Unkraut, oder wie? Super. Weg damit. Rasenmähen müssen wir auch noch. Ich hoffe mal nicht mit diesem Rasentrimmer von letztem Mal. Ähm, ja, aber hier wahrscheinlich schon mit dem Rasentrimmer, ne? Solange es nicht die ganze Fläche ist, macht mir das gar nicht so viel aus. Man sieht die schlecht, diese Unkräuter, ne? Okay, Unkraut hätten wir. Dann was jetzt? Rasenmähen. Das geht mit dem Ding, ne? Genau. Dann weg damit. So wird's für's. Und... Ja. Musik Hier um den Baum rum. Genau. Können wir den Baum damit anschneiden? Axt ist noch nicht verfügbar. Nicht? Ach so? Nicht? Hä? Wir haben doch in der letzten Folge die Axt benutzt. Wieso ist die dann jetzt noch nicht verfügbar? Das soll aber mal einer verstehen, ne? Naja. Meine Güte, wenn wir halt alle von diesen Fähigkeiten haben, kaufen wir ein eigenes Haus und machen das samt Gartenflott. Genau. So. Genau. Okay, Rasenmähen wäre auch erledigt. Dann, äh, warte jetzt. Montiere Kinderschaukel aus Holz. Müssen wir dir das kaufen? Hier. Okay. Das ist hässlich. Wenn dann so. Genau. Ähm, da hin. Machen wir mal so. Zack. Montieren. Ja, das hätten wir. Dann Gegenstand in Position bringen. Was ist damit gemeint? Ach so, das Ding da einbuddeln. Okay. Loch graben. Dann einsetzen mit Erde bedecken und natürlich gießen. Ja. Dann warte nur. Haben wir hier noch welche Aufgaben? Ne. Nur noch in diesem Bereich. Ähm. Hahn Frühlingswippe. Was ist das denn? Ach so, was hier? Ach so, so ein, so ein Bium Bium. Ach so. Kaufen. Will einen halben Spielplatz hier im Garten? Nutzen. Aha. Ja, moin. Geil. Vermeiser Sound. So, dann braucht der einmal einen Sandkasten. Wieso auch immer man in seinem Garten einen Sandkasten braucht. Aber okay. Wenn der das will, dann bekommt er den natürlich. So. Kaufen. Ja, wo machen wir den hin? Hier so, ne? Zack. Genau. Dann ist da jetzt auch schon ein Sandkasten. Fabelhaft. Was fehlt noch? Kleiner Buchsbaum. Müssen wir den kaufen, oder? Ah ja. Okay. Dann kaufen. Wohin damit? Mit der Palme. Da in die Ecke. Okay. Machen wir einmal ein Loch graben. Dann rein damit. Mit Erde bedecken. Und noch gießen das Ding. Genau. So. Wart jetzt. Ist hier noch was? In diesem Bereich? Ne. Okay. Dann hier. Ach, hier muss noch was hin. Auf die Terrasse. Okay. Kriegen wir hin. Einmal so ein Tisch. Ist das überhaupt ein Tisch? Ach ne. Das ist so eine Art Carport. Ne. Wie heißt das Ding? Terrasse? Ich weiß es gar nicht. Ist aber auch wo. Da kommt das Ding jetzt hin. Genau. Dann. Dann. Dann was braucht der noch? Einmal. Was ist das denn? So ein Liegeding? Die sind doch manchmal in den Schwimmbädern oder nicht? Ja. Dahin macht natürlich kaum Sinn. Aber graben könnte sich das ja wohl selber, ne? Dann. Was noch? Haben wir doch schon gesetzt. Ach. Der will zwei davon. Ja. Guter Kollege. Wenn du zwei willst. Dann kriegst du auch zwei, ne? Ist halt nur eine Frage. Des Preises. Wo? Zack. Genau. Optimal. Dann was will der Herr Kollege denn noch? Einen Tisch. Okay. Dass man da auch grillen kann, denke ich mal, ne? Zack. Dann noch so ein paar Stühle. Ja, da braucht man ein paar mehr von, ne? Sechs Stück will der haben. Meine Güte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Dann war noch ein. Fünf. Und noch einer. Nach hier. Ich stelle mir mal so ganz gechillt da hin. Und dann. Ja, was braucht der noch hier? Einen davon. Ach, so ein Grill. So ein geiler. Okay. Den kriegt er natürlich auch. Wo kommt der hin? Der kommt mal nach hier, ne? Oder? Ne. Ist was weit weg? Wir setzen den Grill mal hier hin. So. Okay, dann ist die Frage. Gibt es noch was zu tun? Gegenstand in... Achso, hier muss auch noch was hin. Was denn hier? Okay, hier noch so ein Ding. Dann will er hier noch so was. Warum auch immer. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht. Aber gut. Wenn er meint. Dann machen wir das natürlich. So, was noch? Was? Der will hier noch einen Grill? Wieso das denn? Läuft bei ihm. Ja, warum auch immer. Aber wenn er meint. Dann machen wir das halt, ne? Ach, der will noch so ein hässliches Sofa haben. Okay. Kann er natürlich auch, wenn er will. Gerne haben, ne? So eine Ecke haben. Also eine Ecke, hä? Eher ein Kreis. Okay, dann hätten wir alles fertig. Einmal beenden. Ja, dann haben wir uns doch ganz gut angestellt. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung. Abonnieren natürlich auch nicht vergessen. Und dann, ja, bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.